Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das sind meine heutigen Gäste. Sie bat. Bitte. Sie bat. Sie bat. Ah, okay. Weil ich kein Bad habe. Ja, also wir haben ja hier den Job als Koch gekriegt, das Geld bekommen und jetzt hauen wir einfach ab. So wird es nicht gehört. So, da waren wir. Und jetzt wollen wir natürlich den Schatz finden und müssen uns irgendwie ein Boot kaufen, habe ich so gehört. Friterise en la playa. Ja, okay. Pero antes de ver Capitán Dredd, necesitamos el monoculo de Wallet. Ah, davor brauchst du den... Die Karten? Oder was? Ja, von den Kartenmacher dieses Glasding. Un monoculo. Un monoculo. Ich werde das noch nicht bei dir. Also sollte es besser werden, als er Libraries drauf hat. Oh ja, das werden wir brauchen. Hallo. Hallo. Hallo Wallet. Ah, alli. Alli, alli, alli. Uh, 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 uh. Huh. Oh. Okay, da muss man mal ein bisschen warten. Ah, ay, ay, ay,. Leil. Ui. Uh, um. Okay. Ach, die Schnelle, no? No. Ah. Okay. Oh. Hey, wo ist meine Monocle? Ich kann es nicht ohne meine Monocle sehen. Das tut mir voll leid für den. Wo ist das Ding? Jetzt gehen wir jetzt einfach. Ich schwöre, ich setze es hier. Wir gehen jetzt einfach um. Ich hoffe, ich habe es nicht verloren. Ich glaube, es ist Schotter. Ich kann es nicht ohne meine Monocle sehen. Ja, es ist halt Briten. In irgendeiner Form. Aber diese Mai, diese Mi für Mai. Ah, okay. Jetzt müssen wir den Muelle. Der Muelle. Was müsste das hier sein? Okay. Vielleicht. Dann schauen wir mal, wo wir ein Boot kriegen. Wozu wir aber jetzt das Monocle-Walten brauchen, weiß ich jetzt nicht. Hausboot. Okay. Ja. Okay. Ich habe auch keinen Kapitän Dredd. Der Kapitän Dredd. Wir brauchen bestimmt ein Boot. Der Silvester Stallone. Silvester Stallone? Da wohnt ihr? Im Hausboot? Da ist doch Kapitän Dredd. Aha. 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 Hallo? 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 Hallo, Mann. Mein Name ist Kapitän Dredd. Wie kann ich Ihnen machen? Ach, deswegen. Das sind die Dreadlocks. Das ist die Dreadlocks. Ich brauche nicht. Ich kann nicht schaden auf mein Schiff. Ich kann nicht schaden auf mein Schiff, weil ich seit ein Zeit lang verletzt habe. Ich habe es mein Glückes Säle in der Hand. Ich habe es mein Eier, das hat das Welt gesehen. Ich kann nicht schaden ohne das. Ich kann nicht schaden ohne es. Nein. Nein, das Monockel. Ah, okay. Glaube ich. Oder, oder der Kopf. Ja, hätte ich gedacht, dass er jetzt den Kopf hat. Ja, die Dreads. Danke, Mann. Ach so, das ist eine Halskette, hm? Genau. Sag mir mehr über das Necklis-Säle, die du verloren hast. Es passiert einiges Mal vor. Mein Navigator und ich sind auf diese legendäre Eiland. Als wir gekommen sind, wurden wir von Cannibals getroffen. Ich schaute, Mann. Aber mein Navigator war nicht so glücklich. All I found of him was one of his eyeballs. And I kept it as a good locher. Oh, okay. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. I need to charter a ship. I can't charter you on my ship because I lost my lucky eye that has seen the world's sailing necklace. Okay, das ist nicht schön. Ich will nicht die Barco, weil... Lots of treasure hunting to do. What do I do? Okay, Bye Mann. Come again. What? Peter. He just want to ask the monoculo and the money to the ship. He doesn't have to ask any more. You must ask the same thing. Alright, ask the same thing. Is it a little bit of a manoletto? We haven't tried it. We try to give it a little bit of a manoletto. Der Monoklore serve als Boletail. Würdest du meinen Monokl preferen? Danke, Mann. Das wird einfach gut für mein Glück in Neckles. Was kann ich für dich machen? Das muss gar nicht diese Augenkette sein. Ja. Okay. Ja. Ich brauche den Charter-Ship. Du bist in Glück, mein Freund. Es ist ein Wunder, dass Lago aus dem Eiland wurde. Ich bin jetzt frei, um wieder zu fliegen. Das Problem ist, dass du nicht wie der Typ, der 20 Stück von 8 hat. Was? Hätten wir den Mann 20 Mal das depoliert, dann hätten wir jetzt auch 20 Golsch. Ich gehe jetzt zum Hafen reich werden. Genau. Ah! Time's way! Partitu! Oh! Oh! Lechuk! 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 Dun dun! Oh! 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 When are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops! Oh! 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 That's genuinely because, they tell me, you found Guybrush Threakwood. Oh! It's Threakwood! And I found him on Scab Island. Very good! No one gets the upper hand on the Chuck without getting what he deserves! I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. Oh no. With pleasure. Uh oh. I'm off to find Big One. Yeah. Okay. Okay. Agarra la comida del Oro, antes de que se nos olvide. Name me of that. Okay. ¿Verdad? Okay. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? Azul. Okay, debemos buscar maneras de que llegar lo mas rapido posible a la isla. Uh huh. Alli vamos a conseguir justamente que está los cuatro trozos del mapa. Uno de ellos es en manos de nuestra querida ex novia. Y una fiesta de disfraces que le está dando justamente a su casa. Pero primero, hablamos con él. Frag tú mal, ¿qué las posibilidades son? Ah. I don't know. What are my choices? I only know how to get to tree islands, man. What are they? There's where we just came from, Scarb Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. Booty Island. The first French Mardi Gras party all the time island. Ah, yeah. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine. Ah. Booty Island. And last, there is Fart Island. Fart Island. A fascist dictatorship run by an over bloated pig named Governor Fart. Here, take this easy to read reference map. Good to see of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Yeah, sure. Okay. Let's go get some booty. Yeah. Va, Fart, Booty. Sí, tienes que ir a la fiesta de disfraces. Booty. Aunque después tendrías que ir a Fart para conseguir la invitación. Vamos allá primero, Booty. Ya, vamos. Ah, no, Fart Island. No, 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 no. What? Booty, Booty. Booty Island. Ich weiß nicht, was der macht. No. Der hat aber ein bisschen zu viel geraucht, würde ich sagen. Booty, 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 Booty. Booty, Booty. No, no, no. No, no, no. No, antes de ir a la fiesta, salir de aquí del poblado para ir a la fiesta, en la mansión que está al fondo de la isla. No wonder if he's loaded. He's in a villa. He's in a party. Hey, Lime, stand. See the world. 3 hour tours. 3 hour tours. Gebrauchte Star. Aha, Spit Contest. Super. Ich weiß es ja nicht. Wir laufen einfach durch. Wir können nicht rein, weil wir keine Anladung haben. Das ist aber schade. Ja, aber lass uns erst mal mit ihm sprechen. Zuckuck, Pirate Luchac. Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. Elaine Marley? From Melee Island? Yep, the same heroic Elaine Marley who killed the ghost pirate Luchac. But I killed Luchac. Why would Governor Marley lie? Fame and fortune? In your dreams. Nice costume. Almost scared me to death. Thanks. Where's your costume for the governor's party? So? Party? What party? Governor Marley is having a huge Mardi Gras party. Invitation only, costumes required, that sort of thing. Aha. I don't have an invitation. Then you can't go past me. Y donde me da la invitación? Hay que salir de... Keep up the good work. Ok, ya sabemos lo que nos falta. Invitación y disfraz. Para conseguir la invitación hay que salir de esta isla e ir a Papp. Vamos a través del muelle. Subir al barco. De la otra Insel, kriegst du la invitación. Ah so. Und was mache ich hier? Da kannst du ein Costume kriegen. Ah so. Y el disfraz? Cuando tengamos invitación, conseguimos el disfraz a quien la tiende del bote. Bra� auch die Inladung für mich. Na gut. Al barco. Ja, um ihn gegen die Heid wieder zu schicken. I'll take you to the costume shop. I'll change you with the alarm. Where do you want to go? You wanna go to Fett? 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 Okay, okay. No, 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 no. Der nimmt immer den rechten Weg, ne? Die Abkürzung! Okay. No, no, no! Das dauert ein bisschen. Okay, okay, okay. Das macht er noch extra. Okay. Schon sind wir da. Okay. In what you get, you're going to get arrested. Okay. Das ist ab. Okay. Ehhh. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Um... See, maybe? Who wants to know? I am with the local constabulary, sir. You better come with me. Governor Fett would like a word with you. Oh. Alright. I'll come with you. It's not am I. Haha, das macht das! Oh! Oh, so sieht. Go good. Hey- Well, Mr. Threepwood, I can´t tell you how pleased I am to have you here as my guest. Can´t say as I care much for your method of invitation. I simply wanted to ensure that you didn´t slip away before we had a chance to meet. There´s something I´d like to discuss. He wants to ask a rescue for you, but Lechuk. He´s going to sell you, Lechuk. Want to hear about me destroying the evil Lechuk? Destroying? Perhaps you didn´t kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, Lechuk´s back. I beg your pardon, did you say something? I took care of Lechuk once, I can do it again. You´ll get your chance. You see, please put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. Whatever bounty Lechuk´s offering, I´ll double it. You´re my boarding. Very amusing Mr. Threetworth. Take him away. Yes sir, Governor Fat. Yes sir. Okay. Come on, kida. Come on. Don´t try to escape or anything. El perro Perro, Javi Aber mit dem Knochen Obviamente tenemos un esqueleto en la habitación El perro quiere un hueso Antes de todo este lío, para poder llegar al esqueleto cuando llegamos por la reja hay que agarrar en el colchón y romper el colchón Da musst du hier was kaputt machen damit du was hast damit du das en la habitación en la habitación Ok, la rama A la hueso Watch me flip it right into my pocket They don't call me the bonemaster for nothing Ouuu Ouch Ok Hueso Perro, oh das es wieder Yeah Go to my mother Doggy doggy Pueso, llave Yeah Ok, Schlüssel Schnapp Dime da Ya de puerta Hoppe Doggy Ok Esos sobres, tomarlos de una vez Hay un sobre con tu nombre Ok, no 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 no, con tu nombre El otro sobre Hey Tickles Huch Ah, das son Andere sachen Ok Y ahora Muy bien, ahora vamos a la calle nuevamente Y más raus Y después Y después Hay un primor calle Hay unos que no hay un bosque Hay unos que no hay mas que no hay un bosque Un bosque Ya, naki, naki es el bosque Ya, en una casa Zwerge treiben sich a las casas, ¿no? They work No more bets Ok, aquí vamos Okay. 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 Alright. You're a winner, sir. Which prize would you like? What you got left? We have money. An invitation to Governor Marlies Mardi Gras Party and a three-day vacation on fabulous Hook Island. I'd like the money. The money it is. Oops. Then you go behind. Okay. Run, 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 run. All you have to do is watch the wheel go round. Because he always tricks. And then you have to learn how you tricks. What's up? Ah. I understand. Give me the next number. Please give me the password. Password? If this is four, what's this? Five. Right. The winning number will be 27 black. Nice. What? What? The key is the amount of eyes that you show the first one when you take your hand. That's a lot. I can't believe this one. Hmm? You have me first. Okay. Nice. I'll knock. I'll knock. What do you want, kid? What do you want, kid? The next number is the winner? I think it wins that. What's the next winning number going to be? First, give me the password. You have to get it right three times. If this is five, what's this? Eins. One? Okay. That's one, right? Two more. If this is one, what's this? Eins. Zwei. Zwei? How is it? That's the one that he shows. Ah, that's the one that he shows. That's two. One more. If this is two, what's this? Five. Okay. You must be a member of the Gamblers Club. Okay. But I don't recognize you. Ah, you don't remember me? No. That's okay. You wouldn't have gotten the password right if you weren't a member. Okay. The winning number will be 28 black. Yes. Yay. Okay. Okay. There's the first one that came home. Eh, 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 eh. And we're betting. Let's go. Give me a bet. Okay. Okay. No more bets? Okay. Here we go. Oh, oh. 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 You mean what advice you don't use by me? Google compares? Nope. No way. Cause I don't even know. It has a magnet. 27 black. All right. You win again. Today is your lucky day. All right. Would you like money with the game? Yeah. Na gut, aber bevor wir das machen, speichern wir lieber mal und sehen uns in der nächsten Folge.